Wir schauen uns heute gemeinsam das SwitchBot Lock Pro System im Detail an. Ich habe das System schon montiert und initialisiert und wir gehen im Laufe des Videos auf den kompletten Lieferumfang und die komplette Einbindung in der App ein. Zudem schauen wir uns die Vorteile des Meta Mini Hub an. Mit dem kann man nämlich die große Smart Home Palette wie Alexa und Hey Google nutzen. Zudem kann man über den Mini Hub sehr einfach das Schlosssystem aus der Ferne organisieren. Das dürfte nicht nur für Kurzzeitvermieter interessant sein, sondern auch für Großfamilien oder Firmen. Schauen wir uns aber erst einmal den Lieferumfang vom SwitchBot Lock Pro, dem SwitchBot Hub Mini und dem Keypad passend für das Lock Pro System an. Natürlich erhält man das Hauptteil, den SwitchBot Lock Pro mit Akkupack und 4 AA Batterien. Laut Beschreibung soll das Akkupack bis zu 270 Tage reichen. Das wären knapp 9 Monate bei moderatem Einsatz. Zudem gibt es zwei Grundplatten für unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten. Ein Klebeband zum Fixieren für die Befestigungsvariante mit 3M-Klebeauflage, Reinigungstücher und ein Imbus für die Befestigungsschrauben direkt am Gehäuse. Eine Ersatzklebeauflage und verschiedene Adapter für eine Befestigung an einem Drehknopf. Das ist nämlich auch möglich. Zusätzlich liegt dem Set eine Bedienungsanleitung in englischer Sprache bei. Hier stehen alle wichtigen Infos und da könnt ihr nochmal alles exakt nachlesen. Beim Keypad gibt es natürlich das Hauptteil mit den Tasten und dem Fingerabdrucksensor. Die Platte zur Befestigung mittels Schrauben oder alternativ über die Klebeauflage. Einen Satz Schrauben und Dübel. Die eben erwähnte Klebeauflage, wenn man nicht bohren möchte oder auch kann. Auch hier wieder ein paar Reinigungstücher, zudem zwei Batterien, welche rückseitig in das Gehäuse eingelegt werden müssen. Eine NFC-Karte für das Schließen und Öffnen, eine SIM-Nadel zum Entfernen des Keypad von der Grundplatte und noch zwei Abstandhalter-Gummis für die Schraubenvariante. Einen Klebeentferner und auch hier eine Anleitung in englischer Sprache. Beim Mini-Hub wird es kurz. Es gibt das Hub zum Einhängen, Festkleben oder Aufstellen, ein langes USB-A auf USB-C Kabel, ein Dreh-M-Klebe-Pad, eine Anleitung, eine Garantiekarte und eine Datenkarte mit Barcode zum Scannen. Bevor wir uns aber die Montage an der Tür und das Einpflegen des Systems in die App anschauen, zeige ich euch noch kurz die üblichen Arten des Schließen und des Öffnen. Von der Innenseite aus haben wir nämlich die Möglichkeit, den Knopf zu drehen. Damit lässt sich der Schlüssel bewegen und das Schloss manuell öffnen und schließen. Zudem langt ein kurzer Drücker auf den Knopf, um die Automatik zu starten. Ist der Schließzylinder geschlossen, wird er nach der Betätigung geöffnet. Und ist er geöffnet, verschließt man die Tür mit einem einfachen Druck auf den Drehknopf. An der Außenseite haben wir das Keypad. Hier können wir auf das Schließen-Symbol drücken. Der Schlüssel dreht sich dann automatisch nach rechts und die Tür ist nach knapp drei bis vier Sekunden verschlossen. Habt ihr den Meta Mini Hub mit dem LogPro gekoppelt, könnt ihr auch ein automatisches Verschließen nach dem Verlassen der Wohnung einprogrammieren. Das klappt sehr zuverlässig und ist besonders bei einem geteilten Treppenhaus mit Schnapperöffnung von außen ein großer Vorteil. Direkt am Keypad haben wir insgesamt drei Möglichkeiten zum Öffnen und das finde ich richtig cool. Zum einen ganz klassisch über einen sechsstelligen Zahlencode. Als Bestätigung einfach auf den Haken drücken und das Schloss öffnet sich automatisch. Zudem kann ich beliebig viele Fingerabdrücke registrieren. Rührt man den Sensor, wird der Schließzylinder geöffnet. Ist schon offen, erhält man eine grüne Bestätigung direkt am Keypad. Auch über die NFC-Karte lässt sich das Keypad ansteuern und man kann die Tür entriegeln. Zudem kann man das LogPro auch über seine Apple Watch öffnen. Hat man die Hände voll, ist das eine komfortable Möglichkeit. Kommen wir nun zur Anbringung des Systems. Das war bei mir super einfach. Zuerst muss man sich die passende Platte aussuchen. In der Anleitung erfahrt ihr alles Wichtige darüber und bei welchem Zylinder ihr die richtige Grundplatte benutzen sollt. Ich habe dann den Bereich mit dem Alkoholtuch gereinigt und im Anschluss eine Art Haftverbinder mit einem anderen Tuch aufgetragen. Zum Schluss habe ich die Schutzfolie an der Grundplatte entfernt und diese vor dem Schloss in der richtigen Position aufgelegt und festgedrückt. Das war dann eigentlich schon alles. Im Anschluss habe ich den Schlüssel in das Schloss gesteckt und den LogPro in der richtigen Stellung auf die Grundplatte geschoben. Der Schlüssel muss hier logischerweise in die rückseitige Aussparung passen. Habt ihr einen Drehknopf, müsst ihr natürlich erst die im Lieferumfang befindlichen Adapter benutzen. Ich habe dann manuell abgeschlossen und wieder geöffnet. War alles ohne Probleme möglich. Mit dem kleinen Inbus im Lieferumfang habe ich dann noch seitlich jeweils zwei Schrauben eingedreht und das LogPro-System fixiert. Hier sollte man nicht zu fest drehen. Leicht auf Druck reicht schon aus, um das komplette System zu befestigen. Ich habe dann im Anschluss nochmal alles auf Funktion geprüft, abschließen und auch öffnen hat prima funktioniert. Auch die Stellung bis hin zur Schnapper-Betätigung hat geklappt. Laut Anleitung muss jetzt das Klebeband für 48 Stunden befestigt werden. In dieser Zeit kann man aber schon alles einrichten und auch das Schloss ohne Einschränkung nutzen. Ich habe im Anschluss gleich den Öffnungssensor montiert. Die Fläche sollte wie bei allem anderen auch immer sauber sein. Beim Aufkleben kann man hier nicht viel falsch machen. Zudem kann man sich in der Anleitung Infos holen. Hat man sich die LogPro-App heruntergeladen, muss man sich hier erst einmal anmelden. Und im Anschluss kann man das LogPro und auch andere Systeme sehr einfach hinzufügen. Natürlich habe ich erst einmal den Batterieschutz direkt am LogPro entfernt. Im Anschluss wurde mir dann sofort mit einem pulsierenden Grün der LED am Gehäuse der Paarungsmodus angezeigt. Zuerst gab es dann noch ein aktuelles Firmware-Update, das war aber in knapp zwei Minuten aufgespielt. Ab diesem Zeitpunkt war eigentlich alles Plug & Play und man musste nur machen, was die App angezeigt hat. Als erstes Türschloss verriegeln, Schloss mit oder ohne Falle auswählen. Da müsst ihr euch von vornherein entscheiden. Das Türschloss wieder öffnen, dann die Tür öffnen und mit maximal 10 cm Abstand erneut verriegeln. Jetzt folgt der erste Test zum automatischen Öffnen und im Anschluss die Tür schließen und der zweite Test zum automatischen Schließen. Bei mir war das SwitchBot LogPro-System erfolgreich kalibriert und das hat circa drei Minuten gedauert. Jetzt kann man das LogPro-System noch mit anderen teilen. Ich wollte aber gleich im Anschluss das Keypad hinzufügen. Beim Keypad habe ich erst einmal die Batterien eingelegt. Wie lange die halten, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es gibt aber in jedem Fall noch ein Update von mir. Also abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert gleichzeitig die Glocke. Dann verpasst ihr das Video nicht. Schon einmal vielen Dank dafür. Habt ihr euch das Keypad zum Verbinden in der App ausgewählt, gibt es wieder eine perfekt geführte Anleitung mit Geling-Garantie. Anders kann ich das tatsächlich nicht sagen. Zuerst habe ich die beiden unteren Tasten für zwei Sekunden gedrückt. Im Anschluss war mein Remote-Control im Paarungsmodus. Den Namen habe ich gelassen, den kann man aber auch jederzeit in der App verändern. Danach erfolgt die automatische Kopplung und im Anschluss muss man am Keypad einen sechsstelligen Zahlencode eingeben. Unten rechts über die Taste mit dem Haken kann man das bestätigen. Im Anschluss muss man noch das Gehäuse an einem geeigneten Platz befestigen. Ich bin gerade noch beim Renovieren der Tür, deshalb habe ich mein Keypad an den Stromverteilerkasten oberhalb der Tür geklebt. Später ändere ich das eventuell, aber vorerst ist das ein guter Platz. Das Koppeln des Keypad war erfolgreich und natürlich hat auch das System erst einmal ein Firmware-Update heruntergeladen. Bevor ich einen Fingerabdruck registrieren konnte, musste ich erst den Zahlencode festlegen. Es gibt hier verschiedene Optionen. Permanent, temporär, einmalig und auch ein Notfallcode ist möglich. Nach Eingabe des sechsstelligen beliebigen Code muss man auf Speichern klicken. Das war es dann eigentlich schon. Der Fingerabdruck geht ähnlich schnell. Man muss insgesamt viermal den Finger in verschiedene Positionen auflegen. Danach ist der Abdruck registriert. Ich habe das im Anschluss gleich mit allen Familienangehörigen gemacht. Hat auch super funktioniert. Die NFC-Karte einpflegen hat beim ersten Mal nicht funktioniert, aber nach dem zweiten Anlegen an das Keypad wurde die Karte dann auch akzeptiert und registriert. Gut zu wissen, um gewisse Szenen oder Anwendungen nutzen zu können, ist der Meta Mini-Hub notwendig. Damit kann man zum Beispiel den Auto-Log-Modus nutzen und auch aus der Ferne auf das Log-Pro zugreifen. Zudem sind die Smart Home-Anbindungen wie Alexa, Hallo Google, SmartThings und Home Assistant nur mit dem Mini-Hub möglich. Einrichten war ebenfalls total einfach. Ich habe den Hub erstmal mit Strom versorgt und mich wieder in der App eingefunden. Gerät hinzufügen, Mini-Hub auswählen und erst einmal für drei Sekunden die Taste am Gerät drücken. Drückt man auf Weiter, kann man sich im Anschluss mit dem Heimnetzwerk verbinden. Wichtig, es geht hier nur mit 2,4 GHz WLAN weiter. Das 5G-Netz wird nicht unterstützt. Die Verbindung sollte automatisch hergestellt werden. Klappt das nicht, habt ihr eventuell ein falsches WLAN-Passwort eingegeben oder ihr habt das 5G-Netz eures Routers ausgewählt. Im Anschluss kann man einen Raum festlegen. Bei mir war es das Wohnzimmer. Dort steht auch schon mein Rauchmelder-Hub. Das Video zu den vernetzten Rauchmeldern verlinke ich euch jetzt mal oben rechts in der Ecke und zusätzlich in der Videobeschreibung. Habt ihr einen Raum festgelegt, ist euer Mini-Hub auf der Oberfläche sichtbar. Hier erhalte ich schon die erste Push-Nachricht, dass meine Tür nicht verschlossen ist. Zudem hat der Sensor registriert, dass die Tür in Spalt geöffnet ist. Also das funktioniert richtig gut von Anfang an und äußerst zuverlässig. Schauen wir uns kurz die App und die Funktion an. Natürlich kann man das Schloss mit einmal tippen auf das Shortcut öffnen oder schließen. In den Einstellungen lässt sich die Schnelltaste beliebig programmieren und auch deaktivieren. Auf der LogPro Hauptseite öffnet oder schließt man den Zylinder durch tippen auf das große Schlosszeichen. Darüber hinaus sieht man Akkustand, Bluetooth-Verbindung, Mini-Hub-Verbindung und ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist, weiter oben rechts in der Ecke. Weiter unten sieht man seinen aktivierten Keypad. Geht man dort rein, lassen sich die Einstellungen vornehmen und weitere Codes oder Fingerabdrücke erstellen. Ganz unten lässt sich noch ein Remote-Control hinzufügen, eine Notentriegelung starten und auch die Protokolle des Öffnen und Schließen lassen sich hier abrufen. In den Einstellungen lassen sich die Status-LED, der Ton und auch die Fernentriegelung aktivieren und deaktivieren. Zudem kann man Alarme einrichten, den Auto-Lock-Modus aktivieren, die Falleinstellungen ändern und wenn gar nichts mehr geht, neu kalibrieren. In den Cloud-Services kann man die Dienste der Drittanbieter einrichten. Bei mir steht der Google-Assistent Amazon Alexa und IFTTT zur Verfügung. Man kann auch sehr einfach Switch-Bot-Tags verwenden. Diese kann man unkompliziert über die Shortcut-Funktion einpflegen und aktivieren. Abschließend kann ich sagen, ich finde das Switch-Bot-Lock-Pro-System richtig genial. Es hebt das Smart Home-Level im Bereich Schließtechnik auf ein sehr hohes Niveau und man muss noch nicht einmal sein vorhandenes Schlosssystem wechseln. Die Anbringung war für mich total easy und ich denke, damit kommt die breite Masse in jedem Fall klar. Keine versteckten Kosten in der App und mit dem Keypad ist man eigentlich schon perfekt ausgestattet. Wollt ihr euch das Switch-Bot-Lock-Pro-System genauer anschauen, dann schaut gerne in meine Videobeschreibung. Dort habe ich alle im Video gezeigten Produkte verlinkt. Ansonsten freue ich mich über eure Kommentare. Schreibt mir gerne, wie euch das System gefällt oder falls ihr Fragen habt, abonniert. Und falls noch nicht geschehen, gerne meinen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und ihr würdet mich und meine Arbeit damit unterstützen. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt in der Ecke verlinke ich euch noch mein Video zur AOSO-Türklingel mit Kamera. In jedem Fall eine super Ergänzung zum Switch-Bot-Lock-Pro-System. Ich danke dir. Willkommen wieder um in jedem Fall eine super Ergänzung.